Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Speck of the Line Wir haben ja eine schöne schwebende Waffe Hier auf dem Sofa liegen und Frame einbrochen jetzt nicht mehr Äh, finde ich sehr schön hier die Waffe, so Eigentlich ist es viel schöner, finde ich, dass ich diese Waffe Jetzt anstatt dieser RPG mal nehme Und mal gucken, was sie so drauf hat Mit C kann ich hier auch richtig heranzoomen, sondern halt mir das Ding zerkratzt Mein Gott Jetzt nehme ich es aber immer wieder weg So, hier ist eine schöne Leuchtfackel So Wir sollen sie in der Küche treffen Los, rein Sie haben uns nichts zu sagen, Mr. CIA Oh, ich, Lugo Die CIA hat diesen Krieg nicht angefangen Aber den Leuten hier Waffen geliefert Diese Leute wollten den Aufstand Von uns kam nur das Werkzeug Werkzeug, das sie tötet Reden Sie sich das nur ein, Junge Ja, das rede ich mir auch ein Ah, das ist ja hell Aufgepasst Wir kriegen Besuch Hm Ja, haben wir wieder eine Schießerei Ach, guck mal hier Boah, geht mal aus dem Weg Boah, die Waffe ist geil Die Waffe gefällt mir Gefällt mir sogar sehr Ähm, äh, wo lang denn jetzt Ja, 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 ja Oh, Alter Achso, das Riggs Verdammt Ja, was sind hier so riesige Ventilatoren So, einfach geht es Da müsst ihr Oh, 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 oh Müsst ihr ja nicht so lange rummachen So, komm hier So, einen schönen Headshot Verdammte Scheiße Ich bin auf deiner Seite Ja, ich vergesse das schon mal Oh, oh, oh Oh, halt Achso Ich kann nicht weiter Zu viel Beschuss, verdammt Ja, ja, zu viel Beschuss Dann kämpft man wie ein Mann, ey Mecker nicht immer rum Aber vielleicht rummeckern Ja, gar nicht mehr so schlecht Dass man hier oft hier sterbe So, wir haben hier auch mal Mit Bravour Äh, eliminiert Aber die Munition hätte ich mal Ganz gerne AK-47 Brauche ich nicht Ja, okay Warte, dann nehme ich auch Über die M Ja, wobei, nee Hatte ich halt noch mal mehr Muni Ich will aber die hier Weil die geiler ist Aber auch nicht mehr Allzu viel Munition hat Das ist es, Jungs Das Dubai Aquatic Colosseum Nach meiner Schätzung Befinden sich an die 170.000 Liter H2O In diesem Gebäude Das ist das Herz von Dubai Schneid das Herz raus Und die Bestie stirbt Jetzt haben sie's kapiert Meine Leute machen ein Stürmmanöver Vorm Haupttor Das hält die 33. auf Drab Und wir schleichen uns hinten rein Ihr nehmt einheimischer Scheiß Lockvögel Sie verstehen Dass man Opfer bringen muss Hm, abgesperrt Was, was wo abgesperrt ist Wir sind entdeckt Haben sie im Plan Ricks Drängt sie zurück Ich mach die Tür auf Das soll doch wohl ein Witz sein Vergiss ihn Wir haben andere Probleme Ähm Ich geh da mal so in den Punkt Wo sie ist das Durch die Deckung Tango bewegt sich Leg dich auf Hab ihn Helm Weiß volle Deckung Leg ihn auf Krass Was war du da Haltet sie mir vorbleib Naja Jetzt beeiligt mich mit dem Nachladen Zweimal Zweimal Komm ich hab dich gesehen Okay Ich hab den Bauch gesehen Ich empfange eine Feindfrequenz Das geht mal hier weg So Wir haben zurückgeblendet Die hab ich noch nie gesehen Das Solo-Sport Die Antwort der 33. Auf alle Probleme des Lebens Haltet die Augen offen Wenn Solos auf die Jagd gehen Gibt es keine Halt Fuck fuck Ich soll den Decken gehen Oh nö Ich will hier gleich in dem Menü Oder was Äh ja Warte Macht mal die Macht mal die Macht wieder ein Granate raus Nicht tot Alter So Das wär's Ähm Die Tür ist offen Los Boah halt nicht so Wieso hat das denn jetzt gerade so ein Scheiß Frame einbruch Mein Gott Alter Das ist halt ziemlich zerlegt Ne Du musst ja eigentlich die Munition Hier AK Ja Wir haben nicht ewig Zeit Mit diesem Mikroassend Gehe Die werde ich mir mal schnappen Wobei Ne Warte Ich werde mir die AK Schnappen Die Mikroassend Die siehst du ja voll selten Dann schleppe ich die wieder rum mit mir ohne Munition Das ist ja auch nicht eine riesige Lösung Boah aber die könnt ihr ja auch mal Unter dem Mikro Nein verdammt Das habe ich ja Hä Boah was nehme ich denn jetzt Ich glaube ich werde das so machen Guck mal hier mit C Kann man nämlich hier unten rechts jetzt Ich glaube so eine Art Granatwerfer habe ich jetzt Ah ne jetzt habe ich hier so ein geiles Zielding Was mich aber denke ich mal bei den Gegnern ganz krass verraten würde Aber es ist egal Jetzt gehe ich hier erst mal rein Ganz unten ist ein Parkhaus Hinter ihnen Oh scheiße Worauf wartet ihr Los los Ich werde hier nicht Händchen halten Wo muss ich denn lang Hey mach schon Macht ihr sowas mal mit 53 Ah ja Ah ne lieber nicht Ja ich lasse mich mal Äh fallen Ist hier unter der Treppe irgendwas Nur Schutt und Asche So Moment Hier stimmt was nicht Was ist denn Wir sind nicht allein Oh oh Wir sind entdeckt Unser Weihalzen Oh alter 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 Das ist aber ganz ehrlich Ich weiß nicht ob es nur mir so geht Aber Das ist ein bisschen monoton Gerade mit der ganzen Schießereien Muss ich ja mal sagen Aber gut Vielleicht kommt hier auch noch Irgendwie was abwechslungsreiches Was diesen Knall dieses Spiels Mal richtig hervorholt Das mir nur so richtig Flasht Und so Weil dieser Ladebalken Getutzt nämlich nicht Die meisten Waffen Verfügung über einen sekundären Feuermodus mit dem du dir Einen taktischen Vorteil Verschaffen kannst Gut zu wissen Werd ich aber nie Werd ich mir nie merken können So Ich warte im Ladebalken Und mir fällt jetzt kein Rhein darauf ein Verdammt Moment So Hier stimmt was nicht Was ist denn Wir sind nicht allein Ja wir sind nicht allein Das sind wir aber schon seit Was weiß ich Seit wann Nicht Wer ist hier mal wieder Ach guck mal hier Keine Salve oder Auto Mach jetzt mal Salve Das ist ja auch nur eine KI Das erwarte ich auch Das ist ja auch nur eine KI Das erwarte ich auch Boah also der Ladebalken Auch jetzt geschickt Bestimmt was nicht Was ist denn Wir sind nicht allein So ich peste es immer wieder Auf die AK Geht in Deckung verdammt Wieder Ada Scheiße in Deckung So Okay in Deckung In Deckung In Deckung Äh Ja ich muss hier schon Die ganze Zeit Vor dem Ladebalken Alter Ja dann Du bist doch in Deckung Dafür ist am besten Das ist meine Granate Die ich nicht hab Ach man Na dann wird es lästig Oh Ach guck mal Das Ladebalken Das Ladebild haben wir noch Gar nicht gesehen The critical museum Wow Mega aufregend gerade Ich weiß Moment Hier stimmt was nicht Was ist denn Wir sind nicht allein So Ja Hier kommt wieder jemand Ja Kommt Hab einen So Ein bisschen praktischer Vielleicht mal Lade nach Hab wieder einen Ach Äh Nehmt mal den Da Nehmt mal den da Hier aufs Tor Dann nehmen sie mal Ganz Lange Distanz Greife an Weil den krieg ich nämlich Nicht so leicht Jetzt kommt Schuss Hat der Ding Ziel am Boden Okay Ich lege ihn um Boah Nicht auf Schrotflint Ne Er ist ungedeckt Schrotflint zum Kacke Scheiße Ne 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 Ich warte jetzt Ich will das Leben ab Ne ne Sag mal Jetzt krieg mal den hier Ne 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 Was hier Oder hier Wo denn Auf welchen Üffnungen denn Hä Ach ja Genau da waren Die hier Ach komm mal hier Vorsicht Schrotflint Der Mannmarsch Das Problem ist Ich kann hier halt gar nicht Meinem Kumpel helfen Weil ich Sonst Vielleicht wieder Mich in den Tod Stürzt Aber jetzt kann ich nicht Okay doch nicht Doch nicht Und der Der Weil er Um sich Ey Das ist nicht nett Ja schön ist Das hier mit Der schönen Komponition Ja 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 Boah alter Ich kann Aber nichts bewirken Weil ich hab Keinem Keinem So mehr Und jetzt Irgendwo Frei rumzulaufen Ich hab ich selbst Mord Aber ich muss es tun Oh Okay oder so Und Leute doch hier drauf Ballern können Ja Das hat es gebracht So Weiter geht's Hier C4 Okay Das war Wir sind fast da Ihr Sichert die Trucks Ich trommel den Rest Meiner zusammen Wir sehen uns drin Ja Ja wir sehen uns denn drin Aquatic Col 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 Colosseum Colseum Col Ne Colsem Mein Gott Ich trau ihm nicht Ich auch nicht Aber Ricks und seine Männer Sind gerade die einzigen Die uns nicht töten wollen Ihr wollt aber jemand Dass man nicht hier runter geht Oder Ohne Wasser Werden alle in dieser Stadt sterben Ist ja nicht die Rolltreppe Ricks will niemanden retten Er will die Wahrheit begraben Zusammen mit den Leichen Ich will eigentlich auch nicht die Munition Ich will hier eigentlich Ich will eigentlich hier Das da halt Naja egal Ich muss auf jeden Fall rüber Wechseln wir die Waffe hier auf das da Was ist das denn jetzt hier Ach das Schalldämpfer Okay Ja den werde ich einfach mal benutzen Einfach weil ich es kann Ja und weiß ja nie So jetzt kann ich hier vielleicht Einen kleinen Museumsbesuch machen Ja Sir Außen sammeln sich Aufständische Halten Sie sich in Bereitschaft Während wir die Sache regeln Verstanden Die haben uns nicht auf dem Schirm Erledigt die Wichser Boah das ist voll geil Ohne Ohne Äh Jetzt schalte ich das eigentlich voll geil Weil das so mit Einfach mal nicht alle hasst Sondern immer nur ein Paar Oh geil Scharfschützengewehr habe ich freigeschaltet Ähm Da ist noch einer Ich überlege glaube ich eine Scharfschützen Ne komm Ohne Scharfschützengewehr Ja wobei doch Lieber schon auf der Entfernung Hier dann nehme ich Was kann ich hier Ach da kann ich jetzt hier nur Tieffernrohr durch C Hier raus reinzoomen Das steht eigentlich drauf Science Okay Fuck 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 Verdammt ey Ich lache ich will die mal ein bisschen sauer Ich muss das nicht machen Verdammt 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 Da ist nun noch ein Sniper Ich bin voll bei Adeln Doch ist okay Bin ja auch schon richtig gelaufen Ist da jemand in Deckung Okay ist keiner Vorsicht sie brechen durch Okay Verbrei doch Okay 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 Komm Komm Rückend vor Und sterben vor allem Fast Ja Schön Alter Liedeinhalten Erkennt man an den dunklen Unformen Speziellen Abzeiten Vorsicht Sie sind gut ausgebildet Und schwer gepanzert Oh ja Hab ich auch schon Bekanntschaft gemacht Mit denen Die sind krass Ich bin auf einmal gespannt Wie lang das eigentlich noch geht Hier mit den Kapiteln Ich fand mich Wie viele Kapitel hat das Spiel Und wie gesagt Ich hab keine Ahnung Ich spiele das komplett blind Okay Warte mal Ich werde jetzt auch mal auf die Sniper wechseln Warte Äh Kann ich hier genau Ich kann hier rauszoomen Und dann kann ich Äh Adada Adada Oh fuck Adada 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 Entschuldigung Der Penner mit dem Messer Ist aber Da So, der ist mal weg. So, rücke vor. Der hat voll viel gebracht. So, das sollte dann mal da sein. Oh, 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 oh. Der kommt noch von unten hoch. Vielleicht möchte ich das holen. Ich kann hier nur das Licht ausmachen. So. Wenn wir eben decken gehen. Aus. Mal gucken, wir gehen ab. Scheiße, ich brauche hier Deckung. Alter, das ist nichts, was ich je machen konnte. So, weg mit dem. Los, weg mit dem. So, ich nehme das dann auch mal weg. Wo war denn hier noch einer? Ach, mal hier. Oh, verdammt. Nein, ich nehme das mal weg. Nein, ich nehme das mal weg. Ach, mal umschaltig, dass der links rutscht. Ich werde ihn mal ausprobieren. Mann, ey. Okay, keine Ahnung. Das ist komplex für mich. Kann ich irgendwie, nee, okay. So, wo ist denn hier noch was? Ach, das ist eigentlich ein A. Lol. Das ist ja eigentlich ein Schwimmball. Ich dachte, das werden wir so ein Akramus-Sing-Ungelöpfer. So, kleine, süße, dicke, hässliche Fische rumschwimmen. Oh, ah, geht doch in Deckung. Mein Gott. Können wir mal werfen. Vielleicht bringt es ja was. Der hat uns kurz in Raum erhält. Ey, der hat doch gar nicht mal auf mich geschossen. Nee, jetzt kann ich den da. Kann ich endlich aufgehen. Nee, okay. Schade, der hat nur da irgendwie. Ich bin unterwegs. Ich hoffe doch nur ein bisschen. Ich muss dann nochmal ein bisschen Schuss bekommen. Ich lege mich ein bisschen nach oben. Was für ein Pool. Ach so, ich muss das hier aufgehen. Äh, das ist das denn hier. Granaten. Haben wir dann gesehen. Ja, kommt da eben einer aus der Deckung. Ja, lad mal nach. Focus and Control. Hier, weg. Wow, 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 wow. Und der schweren Verschuss. Nee, ich schieße jetzt nicht mit der Sniper. Das ist doch kacke. So. Wo denn? Was ist denn? Der Nahkämpfer ist Geschichte. Nahkämpfer, kenne ich mal. Das lädt er nicht an die Trucks, an die Trucks, an die Trucks ran. Alter, was will ich jetzt mit der Waffe anfangen, ey. Ja, schön, ey. Ohne Scheiß. Und hier haben wir noch Granaten. Ach so. Alter, jetzt habe ich wieder nur die Truckschrift, oder was? Verdammt, ey. Verdammt, und der schweren Verschuss. Weiter, Bode. Verdammt, ey. Ich bin doch in Deckung, jetzt die Meckler hier nicht rum. Erschieß hier, Leute. Und sterbe. Mann, Mann, aber das will ich jetzt noch auf jeden Fall nur machen. Davor beende ich die Folge nicht. Boah, hoffentlich spawn ich jetzt an einer Spawn-freundlichen Stelle. Und nicht an Arsch der Welt. Und wir sind hier eigentlich schon am Arsch der Welt. Also, wir haben hierhin gesagt, Sturm, keiner ist mehr da. Das nenne ich schon Arsch der Welt. Ja, das ist die Serie. Er hat sich mit den Flüchtigen verbindet, um die 33 Sätze zu übernehmen. Ja, schön zu wissen, da bin ich jetzt hier. Alter, ich kann auch nicht mit dem Ding hier... Komm, geh mal weg, ey. Komm, geh mal weg. Alter, ich schieß da auch mal, ey. Ich krieg dir gar nichts hin. Ich sterbe, ey. Ja, das bin wahrscheinlich ich. Boah, jetzt geht alle mal aus dem Weg, ey. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Ich schau mal weg. Feind erledigt! Sind unterwegs! Sauber. Ich schaff den wirkt, ich schaff den wirkt, ich schaff den wirkt! Alter, 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 Alter. Hab wider einen! Hekt ihn um! Okay, wir sind dabei! Okay. Sichere die Trucks bestanden. Hol mich der Teufel. Ihr lebt noch. Falls das so bleiben soll, empfehle ich das. Hopp, hopp, Leute! Wir werden diese Stadt in die Knie zwingen. Tja, dann bis dann. Soll ich ihn abknallen, oder machst du's lieber selbst? Wenn wir das hier überleben, gehört er dir. Diese Sache hat ihren Preis, Walker. Ich hoffe, Sie sind bereit, ihn zu zahlen. Okay, wir machen mal anscheinend die Fliege. Alle Mann festhalten, das wird ein heißer Rät. Halt Kontakt! Ach, guck mal. Schönen Granatwerk haben wir hier. Ja, ich bin nur auf der rechten Seite. Boah, nice, ey. So, haben wir einen gelben, auch nicht. Wir kommen von der Überführung! Wir bringen, um uns aufzuhalten! Bringen Sie uns hier raus! So, sprechen Sie, ich hatte eine Menge getrunken, die Sie kennen. Aber wenn Sie denken, ich lasse diese Stadt versorgen, dann muss ich völlig falsch. Oh, Mann. Oh. So, die läuft Wasser aus. Leute. So, Alter. So, komm, komm mal hier. Ja, so. Ähm. Hast du den hier noch? Den hier vielleicht noch? Okay, so. Gucken wir den auch mal. Alter, ich bin der hier. Okay. Jetzt komm, geh mal bitte hier hin. Alter, wir haben Wasserlöcher. Die wollen zu den Trucks! Ja, wir kommen sie aber nicht. Das sind unsere Trucks. Das ist unser Wasser. Was machen die denn hier? Mann, 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 ey. So. So. Oh, Leute. Nein, weg ist sie, ey. Alter. Zulie noch mal runter, ey. Mein Gott. So, wir weg damit, ey. Alter. Ich glaube, wir bekommen unser Wasser aber auch nicht mehr. Krass. Ah. Aber wir haben es nun gerade mit dem Granatwerfer umgespielt. Das ist das Ergebnis. In vier Tagen beginnt diese Stadt zu vertrosten. Wie Rixus wollte. Das ist Ihre Schuld, Walker. Sie warnt das. Nichtig. Naja, ich war es mal wieder, ne? Das ist aber klar. Ich glaube, aber ich habe was gehört. Ja, okay. Auf jeden Fall. Hier Kapitel 11 allein. Wir sind jetzt hier, äh, haben einen kleinen Unfall gehabt. Jetzt sind wir ein bisschen betrunken, glaube ich, oder was weiß ich. Auf jeden Fall wir filmen uns nicht mehr so wie in alten Tagen. Ich will da sagen, bevor wir hier Kapitel 11 wirklich beginnen, wenn ich diese Folge mal ganz schnell bin, wir sind jetzt schon wieder bei fast einer halben Stunde. Das geht ja nicht. Ich muss hier vorhin noch rennen, und das brauchen wir immer so lange. Na, in jeden Fall hatte ich mich ja nicht zu interessieren. Äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden hier mal probieren, das wieder aufzuräumen. In Dubai beim Sandsturm. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.